Joggiubi Gute Nacht Was, schläfst schon, Alter? Ich muss morgen Sitz auf der Arbeiten Hey, morgen Sonntag, Alter Äh, in der Pflege gibt's sowas nicht, David Selber schon Du hast den falschen Job Also haut rein Also meine Kinder, Augen auf bei der Berufsfahrt Ich könnte mich auch niemals um alte Leute kümmern Wenn ich mir gleich die Kugel geh Reicht schon, wenn ich selber alt werde Und dich selber dann ertragen musst Ja, genau Reicht schon, dass ich meine Mutter manchmal zur Arbeit begleiten musste Alter, mein Volk, der Ehrenmann hat den Mini-Zombie gekillt Alter, guter Mann Ich bin sehr froh, dass er nicht selbst gestorben ist Kann mir jemand die Koordinaten sagen von Neta-Potate Jürger, vor allem eben, ihm ist auch noch ein Kriper hochgegangen Alter, du musst einfach nur zum Spaß Ich hab schon gedacht, der ist tot, aber lebt noch Ich bin in Neta unterwegs, ich weiß nicht, wo ich bin Du musst einfach nur da hin Ich bin auch Ich weiß auch kein Problem, wo ich bin Bist du? Wieso merkt ihr euch sowas denn nicht? Sorry Einfach in den Chat schreiben Zack Entweder einfach im Chat schreiben Oder du machst es einfach Ich weiß aber von ungefähr, wo ich hergekommen bin Ich hab mir einfach den Weg gemerkt, jetzt Ja, genau Hatte mir doch auch den Weg gemerkt, bis ich mich verlaufen hatte Hast du dir so ne, äh, so ein Holz, äh, nen Weg aus Erde oder was? Ach, da lauf ich jetzt auch gerade rum Kannst mir die Koordinaten davon gehen, wenigstens? Nein Ich weiß nicht Sind da noch, sind da immer noch so Milliarden von Schweine? Ja Ich hab gerade ne Menge getötet dort, aber Alter, ich muss jetzt Frag mich, warum Hier kein Pin der Glowstone abbaut Weil da kaum jemand in den Nether geht bisher Äh, äh, äh Was für ein Fest Ja Weil da war so viel Glowstone, ich hab schon ein bisschen was abgebaut Ich glaub ich bin die einzige, einzige, äh, einzige Nath-Weil-Einzige Person, die im Nether großartig wird macht Hey, ich hab grad Blaze-Pode für mich gut Ziegel, selbst einziges falsch, das würde denn nämlich, äh, bedeuten, du wärst weiblich Ja Naja, weibliche Ziegen gibt's Ja Oh, Ziegel gönn dir Aber in der Defizite sich, äh, identifiziert er sich als weiblich? Alter, wie viel Sand, wie viel Sand du brauchst, einfach für so ein paar Sandziegel Generell ist ein Ziste kein richtiges, äh, Rutsch Ja, boah, ey Nein Ich weiß nicht, wo ich bin, Alter, das packt mich zu Du bist in Minecraft Nee, vielleicht nicht mehr Willkommen, du bist in Minecraft Was wollen sie heute machen? Alter, ich muss schon Feuerzeug verwenden, irgendwo Könnt ihr schon mal mit den Bauern anfangen, ich weiß noch nicht Ich hab beinahe in Lava gefallen, ich, ich krieg... Was willst du? Also, Buraki, wenn du keine Aufgabe hast, kann ich dir gerne Aufgaben? Nein Haha, nein Ja, ich... Ich war Reflex Ja, wenn ich Bäume sehe, muss ich auch mal zuschlagen Verständlich Ja, Fabi Wenn ich sowas sehe, muss ich halt manchmal zuschlagen Ähm, muss ich mir irgendwas kaufen Da hinten fährt auch einer gerade nach Hause Hat jemand Kommen? Viel Kommen Das ist Strip Mining Ja Das ist ein Mädel Okay, ich hab mich schon gefragt, ob ich genug Schwitze habe Klar, die kriegt den... Die kriegt den Koppel hundertprozentig Nein, weil's ne Frau ist Blond und dicke Titten Ja, da blond stimmt's schon mal Ja Ist doch auch irisch schon, wenn sie, äh... Ihr eigenes Bild als Profi-Bild macht Bei Discord Grauenhaft, ne? Ja, find ich auch Oh, Junge Oh... Darf ich das nicht? Nein Du weißt doch, dass wir alle Pädobärchen sind Pädobärchen Ach, Scheiße Wir gehen mal stark davon aus, dass ich schon im legalen Alter ist Ah, nein... Obwohl, wo... Rasenwäcks darf auch gemüt werden, hab ich gelesen Stimmt Echt, zwar 8-jährige Darf man hier nicht schon ab 16? 16, oh... Ja, wollte grad sagen, ab 16 Darf man nicht schon ab 16? Man dürfte theoretisch schon ab 14 mit Eltern anwachsen Da kennt sich ja mal einer gut aus Ich hab's nicht Also ich... Bei mir in der Klasse war damals eine, die war 15, die hatte was mit dem besten Freund von ihrem Vater Dann bin ich da auch bei dem eingezogen, das war in dem Dorf das, äh... Ja, aber ab 14 Ja, Ziege recht Ich will nicht wissen, wo du wohnst Was gibst du mir da recht? Das 14 stimmt Ich glaub, ich sterb gleich Theoretisch auch Was sagt Paul denn dazu? Der kennt sich doch da bestimmt aus Martin kennt sich doch ganz gut aus Girl to death! Oh, da seh ich dich Ich hab zwar... Ich hab zwar... Ich meine nicht den, Martin Ziege, weißt du, was das Glück ist? Ich hatte nix wertvolles dabei Das ist mein einziger Trost Deine HP Ja gut, ich hab aber nur... Ich hatte 14 Level Ey, geil, ich hab ne giftige Kartoffel Hier bin ich nicht hergekommen, glaub ich Aber... Könnte man theoretisch nicht das Gift eigentlich abkochen? Nice Das einzige Wertvolle, was ich verloren hat Ziege ist, war mal der verzauberte Eisenschild Die 3 Eisen Sau Und den kann endlich wieder nachkaufen Nein, 3 Eisen sind teuer Okay, wo muss ich jetzt lang? Das ist viel zu teuer, das kannst du ja gar nicht holen Kannst ja nicht leisen Ich glaub von da bin ich... Also dafür, dass du am Freaking und so ein Scheiß Wort bekommst, das ist... Das hat sich nicht gelohnt Ich glaub, hier bin ich langgekommen Hexen können nur Vergiftung werfen, mehr nicht, ne? Die können alles werfen Ne, ich glaub, die können alles werfen Ja, alles würde ich nicht sagen, aber... Die können so einiges... Schaden können sie glaub ich auch werfen, ne? Ja, die können Schaden, die können Speed, die können... Vergiftung, wie ich schon gesagt, die können... Wie schluckt die Hexe, alter? Ey, aber jetzt hab ich wieder Platz für mein Event Die hat Zucker gedroppt, lol Das droppt sie auch, ja Ich bezweifle mal, dass es Zucker ist In den Mods droppt die noch Gold Könnte was anderes sein Ja, Matze, du mit deinen Mods, äh, Hexen enhanced oder so, ne? Ja, da Hexen enhanced oder so, ne? Ja, wundert mich, Fabio, dass du noch nicht bei uns mitspielst Äh, wie? Hä? Ach, habt ihr auch so... Ja, die spielen auch, ne? Letztes Mal reingeschrieben, da hat sich aber keiner drauf gemeldet Ich bin extra ein toller Server da angekündigt Ja, ich spiele das bei Minecraft gleichzeitig noch was mit Mods spielen Da komm ich nachher nicht mit, so, weißt du, das ist dann zu... Du kommst auch so nicht mit, aber... Da bin ich ja überfordert Wirst du nicht, dass... Ne, aber hab ich auch nicht so viel Bock Hab ich letztes Mal gesehen, die Verzweiflung Wie kann man, wie kann man nochmal, äh, etwas in die Hälfte... Irgendwie Winter Recht, Flick Achso Schaffst du das, X-Feier? Ist das... Ja, einfach... X-Feier ist auch überfordert Ja, Jason hat den Weg zurückgefunden Jetzt muss er auch noch den Weg finden zum... Was soll ich mal assig sein? Baut ihn ab, baut ihn ab Auch wenn Jason uns grad hört, baut ihn ab Hast du mich verarscht? Ja Alter, ich stand genau neben Prepa und hab was verhaftet Bin nicht gestorben Ah, ey, ich hab meine Uhr, äh, mein, äh, Kompass verloren Soll ich mal richtig assig sein? Ja, mach mal Soll ich den Obsidianblock aus dem... Dings von's abbauen? Aus dem... Total und mich in den Tod stürzen? Oh man Wär schon cool Stimmt, ne? Theoretisch wär das eigentlich voll schlau Ja, warte mal Ich hab nix interessantes dabei Es gibt im Dessert ja kein Wurststein Äh, kein, äh, Obsidian Du kannst den kaputt schlagen Ich... Der Doktor Bloss nicht Und mir noch scheißegal Scheiß auf den Dann machst du noch eine Geheimtruhe Dass du irgendwann sagst, so, du gehst einfach dorthin Du holst jetzt alle Sachen wieder Wow Sofern du natürlich, äh, deine Ressourcen dabei hast Äh, hab ich sogar Ich glaub ich kann jetzt wieder Strip-Mining machen, Alter Ich hab... Wieso hab ich kein Eisen? Ich versteh es nicht Ey, was ist damit passiert? Was ist damit passiert? Du scheiß Minecraft... Minecraft... Ja, was? Das Minecraft will nicht stehen bleiben Ach, meine Bratkarte Der Lauf ist mit der Nerv ist nicht stehen bleiben Ach, soo... Guck, da geht's zu Robert, da geht's zu Fabi Zu Frank und Baum Zu Frank und Baum Zu wen willst du denn? Ich guck gerade, wie es hier soll Es gibt Baum, x2a Zu Baum willst du nicht? Gleich wieder nach zu uns Hm, ne, ich fahr lieber nach Hause Oh, Lamas! Ähm... Lamas? Rote Farbe... Blaues Eis... Ja... Wenn ich dich töte, kann ich die Lamas haben? Hast du etwa, äh, einen fahrenden Händler gefunden? Ja... Nur, ich weiß nicht, ob man Lamas irgendwie... Äh, der, ja, der Slumber will dich angreifen Genau, aber wenn man dann wieder rausgeht, dann... Entweder dies... Warte mal, ich versuch mal nicht Ich glaub, dass... Ich glaub, dass dann immer noch die Aggressiv gegenüber... Naja, ich hab sein Herrchen getötet Wer hat jetzt eigentlich den besten Verzauberungstisch? Ich Theoretisch... Theoretisch Dragon, doch... Er ist der einzige mit Bücherregalen Ich... Ich hab auch welche, Junge! Hör auf, ich hab neun! Habt ihr alle? Keine... Keine... Hallo, wo bist du? Äh... Ah, da! Aufkauf! Ich hab ein Geschenk für dich! Kannst du runterkommen! Ja... Oh, er hat ein Geschenk für sie! Ein Ehering! Danke! Witze! Danke! So, noch ein paar Kühe geschlachtet jetzt... Soll ich schon mal vor euch bei den Zimmer mieten? Schleimer! So leise! Ein Motel! Was ist denn ihr im Maulhals jetzt? Wir können uns nicht ein bisschen... Ach, Gerlari! Es ist mir egal, es ist mir wert! Fast rübersteing! Ich weiß nicht... Jetzt fängst du es lang! Ich bin kurz einmal reingegangen, ja, ich hab schon schon ... Geh da einfach nicht rein, wo die Dinger sind! Wenn ich dich jetzt zur ... Hast du was Udi zu mir gesagt? Ja, das ist cool! Geh da einfach nicht rein! Scheiße, das fässt echt langsam. Egal. Rudi, was geht? So. Jetzt wollt ihr mich ja töten. Naja, ihr wollt... Ah, da ist ein Line, sehr schön. Wer ist ihr? Die Lamas, die wollen mich ja jetzt anrotten. Wenn ich jetzt auf der Resentender-Distin bin, sollten die Dinger theoretisch still spawnen. Und das eine aber nicht mal. Das eine hat einen Name-Tag. Oder? Egal. Ich teste es mal. Wenn nicht, ich war ja in der Ranger. Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ich bin gerade im Haus. Ich bin gerade im Haus. Nein. Wahrscheinlich. Ja, ja. Wo sind die Dings? Ich dachte, Fabi... Ja, Mann. Wie viele Bücherregale hat denn Dragon? Sieben. Und was hat Fabi da? Neun. Ah. Also das Fabi doch noch ein bisschen. Äh, ich hab Lormos. Das ist echt... Was, Alter? Ich war zu dir im Fahrrad. Nein! Ja! So, wie bekomme ich euch jetzt? Noch bekommen. Ich wollte gar nicht... Ich muss verzaubern. Dann komm ich später vorbei. Dann komm ich später vorbei. Was willst du? Da muss mein Aufgang nach hier. Äh, einen Moment. Ich crafte mir kurz noch in der Angel. Bei mir hat sich sowieso nichts getan. Nein. Nein. Na, ich weiß ja nur von der letzten Folge du liest das, wie es aussieht. Ooooooh. Ich weiß gar nicht. Das war, glaub ich, das Lagerhaus, glaub ich. Muss dich extra machen. Hm. Ich muss gleich nochmal an deinen Arm was gehen. Ich hab mir jetzt die Lamas geklaut. Äh, äh, äh. Lol. So, äh. Kannst du ein Zaun hier bauen? Ich hab hier alles. Könntest du einmal kurz den Zaun bauen? Ich hätte das hier mit Blau alles machen sollen. Äh, äh. Oder zwei. Ich könnte mit Kaupel auch was machen. Hast du denn ne fertige Zäune? Äh, äh. Weiß ich nicht. Sonst müsstest du's einmal bauen. Ich hab irgendwo Holz. Äh, äh. Ich hab ein ganz mieses Gefühl, langzufahren. Hier auch kurz die Eichner als Brett hatte. Äh, das hier gleich nehme ich Mr. und Mrs. Nama. Schönen Namen. Ja. Ein Tor reich, ne? Ja, ein Tor reich. Hier hab ich noch nie langgefahren. Zwei, drei, vier, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Und dann hab ich die zwei kleine Schnuckli in meiner LI. Ein zu boh wie symmetrisch, ja geil. Als Symmetrie kann auch schön sein. 3, 4. Je nachdem. Hey das ist aber generell funktioniert. Aber frau und dann nicht so. ich weiß, aber nein. Das sie. Da muss ich hier zustimmen, gibt doch nichts schlimmeres als so ne Haken Nase, ich dachte ja auch noch etwas weiter drunter Nase geht auch, aber Hängebrüste können auch symmetrisch sein Wieso hat Fabi eigentlich keine Kiste hier, wo eigentlich die Lohren drin sein sollten Wahrscheinlich weil er die abgebaut hat, der Geier, der nimmt sich doch alles mit, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist Nimmt alles, was nicht hieb, um mal gefressen Ich soll kein Luxus hier besitzen Ich muss doch kurz ein zweites Tor bauen Fabi hat sein Haus wo? Mach mal die Augen zu und stell dir was vor Guck mal gerade aus Wunderst du leid Ziege, 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 komm mal kurz zurück Dein Gewächshaus dahinten? Komm mal kurz zurück Dreh dich mal bissl um nach links von dir Ich seh dich, ich hab dich auf den Radar Ziege, komm bitte zurück, ich muss dich mal an eine professionelle Meinung bitten Hä, wieso baust du am Arsch der Welt? Weil er so ästlich ist Das bin halt ich, weißt du David besucht jeden, außer uns X-Ray, merkst du das? Ja, merk ich Äh, Ziege, der hat einen Verzauungstisch hier nicht Das ist kein Problem, oder? Da kann da ja noch lang gehen, ne? Ich kann da nicht lang gehen, what the fuck? Ja, ich bin halt dünner als du So, jetzt ist der Mist da Ist das jeweils eine Leiter, oder sind das zwei hintereinander? Das sind zwei hintereinander Eine würde ich schon gerne eine haben Ich weiß nicht, du hast ja sowieso hier einen Stall Mehr oder weniger Ich weiß nicht, hier gibt's so Leute, die nennen sich Fabi Die laufen hier rum und machen Und sind in Gruppe denn? Ja, ich bin nicht Fabi Und töten aber, Fabi, Fabi hast du Eisen so? Ja, viel Ich muss mal ein bisschen tricksen Eine lass ich hier Ja, das wäre sehr nett Ja, ich guck mal ganz kurz Ich weiß, ich krieg's gleich wieder Und jetzt versuch ich mir mal hier ein paar Freunde mit Lamas zu machen Oh ja, fahren, ja, so, geil Reicht raus hier Neh mich an! Wer hat schon wieder das scheiß Fenster aufgemacht mit deiner Granate? Neh mich an! Ähm, Rainbow Six Siege Wie macht man denn? Das hört sich die Erdnachflüge an Was? Ich muss am Moon denken in Black Ops Wer hat schon wieder das Fenster aufgesprengt? Ja ne, bei Hier auf Warframe ist doch dieselbe Scheiße Jetzt muss ich da drauf nen Teppich oder so nen Scheiß machen Nach den Lamas Was fressen Lamas? Oh, wer schreibt mich an? WTFS ist euer Ernst, Alter? Glück 1? Ziemlich war cool Alter, Mark fragt mich, ob äh Oh Gott Ja, Mark, wir wissen, ob wir Minecraft spielen Nein! Ja! Nein, musst du schreiben Zu spät? Äh, meine Finger waren schneller als das Hören Was hast du geschrieben? Ja, wahrscheinlich Einfach nur Ja Perfekt, Alter, mehr Alter, haben die das verändert, ey? Sooo Da sie eh einen Name Tag haben, kann ich mich ja nicht Nein, meine Kühe gehen alle raus, nein! Hast du verdient? Scheiße, äh, ich hab Ich hab kein Haar Kein Weizen Nein, die Augen ab Scheiße, ich brauch Weizen Dann nimm deine Samen Dann greif ich doch manchmal Ja, ne, gut, Glück 3 gibt's ja noch nicht, weil das Buch noch nicht so gut ist, ne Ich werd nach Papier nach mir beworfen Weiß einer von euch was Lamas essen? Ne Menschenfleisch Nimm mal nen Kopf von der Ziege Kommt mal her Ja Ich hör mal, äh Die englische Schreibweise war mit Doppel-L, ne? Lama Lama, Rama Ja Ey, gibt's hier nur Haltbarkeit? Echt? Ja, ja, tatsächlich mit Doppel-L Ist der halt zu euch gleich, ne? 3 Ahoi Ballen Sag mal, wie war das? Du musst mindestens Level 30 sein für den letzten Zauberspruch, oder? Ja Ja Ist ja ekelhaft Und dann verbrauchen sich nur 3 Level Ziege... Ziege drüber auf nen kompletten Heu Ballen Ja, ich kann mit der Kälte Zwei komplette Nein Alter, du hast was... Oh, okay, ich kann hier noch ein Bücher legal dazustellen, oder sogar 2, ich muss gucken Oh Scheiße, nein Nein, ich bin die Schlacht runtergefahren Haha Oh mein Gott Japs Okay, das dauert wohl noch Minus Äh, ich kann mich hochstacken, denk ich Warte Warte mal, hier müsste auch noch so'n, äh, Fluss oder so sein Da kann ich irgendwo... General Inkompetenz ist on Tour Stop! Kugelfisch Du Kackspinner, Alter Erschreck mich doch nicht Pfff Meine Ich hab bald Lamas verkauft Wo ist der Typ? Ach da, ich seh'n, ich seh'n Namen Wie er so ganz langsam nach oben kommt Ja, ich muss das mal gucken, äh, scheiße... Mein Gott Nein, ich will hier... Ich hab gleich hier stehen, so, ähm... Äh, mein Gelegenheit, wenn der Zaubertisch fertig ist, mal die Angel verzaubern Ich hätte schon gerne eine Angel mit Glück Ja, das wär ganz geil Dark of the Sea, ich bin da Ja, da hat Glück des Meeres, tut mir leid Glück des Meeres hatte ich glaub'n, ich weiß nicht Äh, ich komme, äh, wo bin ich... Oh, er ist der Held Als Buch, oder was? Nö Der Hund kommt hinterher, so Ähm... Ich hab jetzt mal... Meine Hunde hab' ich jetzt... Oh, ich hab' jetzt hier die... Ich hab' jetzt hier die... Ich hab' jetzt hier eine Lama-Paarung Warum sind eigentlich die... Die Kühe so unpaarungsfreudig? Warum nicht? Weil's keine Bullen gibt, weil's nur Weiber sind Vor allem, die, die haben... Die haben so'n langen Cooldown, Alter, das... Boah, das... Du kannst die halt füttern mit Weizen, dann... Wachsen die schneller Ah... Ne, ich meine... Zehn Wenn du die mit... Was waren die zwei? Ah... Jetzt sind's zehn Regale, ja Müssen's denn jetzt nicht elf Regale sein? Ja, zwei weitere dazukommen? Äh, nein... Es ist eins dazugekommen, Cord Achso... Oh ja, Level weiß ich... Eins, zwei... Drei... Vier... Ich hab' gedacht, ich hätte mehr Leder, aber die eine kurde gar kein Leder getötet... Und ich... Und ich angle Name-Tag, Alter... Schon mein Viertes... Ein AFK, Lukas! Zöne... 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 Bau ihn ein mit Obst... Zöne... Weißt du, sie könnte sich das halt nicht machen, ne? Kannst du nicht, bevor wir den Stack Name-Text gekriegt haben? Heu... Er wollte doch, er... Er wollte doch eh mit dir... Er wollte doch eh mit dir Krieg haben... Dann bau ihn auch ein mit Obst... Äh... Er hat doch... Er will denen keine Tierhacke... Wollen wir nicht eine Abstimmung machen? Besser als nix. Welches Level war der zweite Zauber? Ob wir Fabi töten sollten? Der erste war ja Level 7, ne? Bau deinen Enchanter aus, dann krieg ich dir mal was Enchanter dafür, dass du deine scheiß Level überhattest. Ja hab ich doch! Ist halt immer noch Glück 1 ist das leider. Ich kann das aber machen, aber ich will noch meine Bücherregale fertig bauen. Wie gesagt, ich warte ja auf dich. Ja, ja, ja. Ich sag dir dann auch Bescheid. Du Arsch. Geige. Oh, ich hab hier nen Bereich vergessen zum Ausleichen. Boreike, kannst du mir noch's Eisen reinmachen? Weil ich wollte jetzt Dings hier bei meiner Farm ein bisschen was anbauen. Er macht das nicht nur rein, er nimmt das auch mit. Wer weiß was, der jetzt alles mitnimmt hier. Ja, ja, ja. Die Tru ist zu wieder. Hast du zufällig Larpis von mir genommen? Kann man eigentlich irgendwie Bücherregale abbauen, ohne dass es drauf geht? Also ich hab nen Stack mitgenommen. Wie heißt das? Irgendwie fällt irgendwie auf, dass da was fehlt bei Larpis. Also ich mein, ich hab von mir nen Stack mitgenommen. Wie, 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 wie teuer sind das? Unlimited. Weil ich dachte ich hab äh zwei Stacks Redstone, ne drei und ein bisschen ja und zwei Larpis. Also ich hab mir jetzt nur eins und neun Larpis. Achso, ja doch, glaub ich glaub ich hab, ja doch. Also, wer ein Lama möchte, der sagt, der müsste einem mal Bescheid sagen. Ich nehm mir das Lama einfach. 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 Ich nehm mir das Lama. Aber Larpis, äh, brauch ich auch für ein Schaden und so. Larten, nehm ich dir... Ehm, Effizienz, Effizienz, Halbbarkeit. Ziege wird Lama-Händler. Wird Lama-Händler. Wird Lama-Händler. Was halt denn alles? Man muss zwei Lamas laufen und selbst eine Lama. Und Matze wird der, äh, Wolle-Händler. Ach, Matze. Oh, ich hab alles. Ich hab... Außer... Ich hab Eier. Ich hab Wolle. Ich hab Leder. Hey, wie kommen wir jetzt wieder zurück zum scheiß Bahnhof? Ich hab Leder. Wir reden ganz oft über Leder-Probleme. Ah, Buraki, hast du deinen Meta-Bank? Ja, Buraki hat auch mehr als genug Kühl. Du kannst du deinen Meta-D bestellen, kümmern wir hier schön. Ui, toll. Jetzt hab ich hier insgesamt mein... Ich hab kein Bett. Jetzt hab ich schon meinen dritten Kugelfisch. Oh, ja. Oh, na, das ist ein Kugelfisch. Ja, Kugelfisch. Ich hab mein Bett auch nur dem Kugelfisch. Kann man hier eigentlich... Äh, nein. Du kannst sie für Verzauberung nutzen. Was war das? Äh, Atmung? Äh, die Dings wurden in Luft geschickt. Die Karte. Ciao. Welcher trank... Welcher trank man nochmal für... mit Kugelfisch? Ich hab die ganzen Sachen... Unter Wasseratmung. Ach, ja. Ja, Matze, da hast du deine Antwort. Kann ich geben? Ja. Mit zu lenken kenn ich mich aus. Das hab ich damals nur gemacht. Oh mein Gott, mein... Jetzt sind wir Tars voll. In meinem frühen Leben war ich Alchemist. Was? Alter, schon... Das ist jetzt schon der... Das ist jetzt der... Ich hab jetzt drei Kugelfische hintereinander gefangen. Sind sie da froh? Ich kann mit denen aber jetzt nix anfangen. Weil wenn ich mal ein Unterwasserhaus baue, dann... Jetzt komm her, komm her, komm her. Ganz kurz her, komm. Dann brauch ich sowieso ne Menge von dem Scheiß. Da kann ich... Ich kann zum Puffi aufsammeln, weil... Wo ist Puffi? Da. Wenn es so weiter geht, Alter, dann kann ich dir bald genug Kugelfische geben. Kugelfische? Mrs. Puff. Genau. Was ist mit Mr. Puff passiert? Es wurde gefolgt aus. Sie reden nicht gerne darüber. Alter, bei meiner Crew haben so drei Endermans. Das ist... Das ist der... Äh... Ziege, kennst du das Video mit dem Kugelfisch, der ne Karotte isst? Was? Äh... Nein. Das ist so lieb geworden. Das ist so lieb geworden. Das ist so lieb geworden. Halt, Spitzhacke. Hör... Hör auf Skelett, ich will angeln. Kannst das Skelett angeln. Ich schneid das lieber in zwei Hälften. Ähm... Ah, da bin ich ja sogar richtig hier. Ui, Enderman. Panda. The Enderman. Ne, Enderman sogar mit E, weil das jetzt zwei sind. Dein Helm ist, glaube ich, kaputt, kann das sein? Enderman. Meine ganze Rüstung ist halt gerade kaputt. Wow. Der Enderman wird gleich hier, wo sowas von drauf geht. Gleich im X-Fire wurde vom Enderman erschlagen. Hast du dich noch eins aufgesammelt? Würde... Wird wahrscheinlich tatsächlich passieren, weil sie sich jetzt Zombies einmischen wollen. Ich muss die zuerst töten. Wie hab ich das... Siege muss wieder gucken. Ja, fehlt nur noch eins. Nein, nein, war nix. Da war nur ein Puffy. Da war nur ein Puffy. Echt jetzt? Ja, ja. Hä, nein, ich hab dir eine Karte für einen Baum hingetan. Ich bin 1000% sicher. Nein, 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 nein. Siege. Äh, Dingsfire. Du kannst doch bei uns noch mitspielen. Ja, klar. Wir brauchen noch jemand, der schön baut. Ich baue nicht schön. Ich baue schön scheiße. Was meinst du? Äh, der Deko-Craft-Index, was es da für Möglichkeiten gibt. Warte. Dann hast du Deko-Craft-Index. Eigentlich habe ich da jetzt was Craften, aber... Alter, ich hab nie Gült für den Endermillen. Die geben mir nie eine Ender-Perle. Gült haben sie mir immer. Ender-Perle kannst du kaufen. Geht schon ganz okay aus bis jetzt. Ja, und äh, und was für einen überteuerten Preis haben die? Äh, drei Eisen. Echt? In der Ender-Perle. Nein, keine Ahnung. Ich sag gar nicht nur wegen. Nein! Du hast was geschafft. Da, da ist eine scheiß Hexe. Ich hab grad gecrafted. Sie verarschen. Und machst du in der Nacht auch? Ander. Wie leis. Ist nicht schön. Ja, wow. Danke für die Zeit für heute, du Hexe. Und den... Hat's ihm auch schon gegeben. Die Schläge hat den Stats verliegen. Die hat aber ganz schön wenig ausgehalten. Der hat sechs volle Schläge mit nem Eisenschwert abgereicht. Mein Schwert ist kaputt. Oh. Da war also Frage- Wie schlägst du mit nem Schwert ein Gizubaki? Ich hab nem Eisenschwert. Lädst du das Schwert auf, oder? Ich hab den Tag gerade schon. Also immer erwartest bis die Leiste da voll ist. Für den maximalen Schaden. Für den maximalen Schaden, natürlich. Warum nicht, ne? Was machst du denn? Einfach draufhauen? Draufkloppen? Nein! Äh, ich hab mich nur gewundert, Bracke, gebraucht. Alter, wie viel hell die Hexe aus. Ich dachte mir, dass er so fünfzig Schläge gebraucht hat mit dem Schwert. Ach so. Ja, es waren auch fünf bis sechs oder so. Ja. Ich dachte, die werden mit drei Schläge kommen, so oder so. Vielleicht, wenn du ein Dia-Schwert hast mit Schärfe fünf. Ach die Schärfe, Scheiß auf Schärfe. Ja, was bringt denn, gell? Ja, was bringt denn bei der Hexe mehr? Ah, jetzt weiß ich was ich brauche. Ja, wann? Ist das ein Untoter, oder was? Ich glaub nicht, dass die Hexe ein Untoter ist. Ja, aber es würde nur Sinn machen, weil bannen, du bannst ja Magie. Nemesis der Gliederführer waren nur Spinnen, ne? Ja, das ist... Ja, und hier Silberfische und so. Was bringt das eigentlich? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Mehr Schaden. Mehr Schaden, einfach, ja. Wow! Mehr Schaden gegen zum Beispiel Untote. Ja, gegen gewisse Gegner halt nur. Waren wir halt nur gegen Untote. Ja, und du kämpfst ja nur gegen Untote in dem Spiel. Nein. So was? Der Creeper ist ja kein Untoter. Ja, der Creeper gibt's auch nur selten. Ich glaub, der Creeper hilft nur Schärfe. Ja, ja, genau. Ja, gut. Aber Schärfe macht aber auch nur sehr wenig Schaden mehr. Nur nur ein halbes Herz pro Stufe. Ja, gut. Aber wenn man halt so... Bei fünf ist es dann aber schon zweieinhalb, ne? Oh, wow. Bei Bansinn 7,5. Sag mal, wie könnte man Melonen bauen? Indem man... Indem du Melonen... Flussbiom willst du mich verraschen? So soll ich sagen. Weiß ja, wo du Melonen ziehst, herkriegst Fabian. Ja, das ist ja genau, das ist ja die andere Frage. Außer Melone. Außer Melone. Die droppen glückliche Tiere. Wirkliche Tiere droppen, dass aber da du alle Tiere getötet hast, gibt's keine glücklichen Tiere. Also kein Melonen ziehst du mit. Ich laber doch nicht so'n Scheiß. Ich laber doch kein Scheiß. Nein. Floß, Berge, Floß, Berge, Alter. Also meine Schafe haben mir schon Orden verliehen für artgerechte Haltung. Nachdem deiner Freundin das gesagt hat. Creeper-Kopf war's, wenn Creeper an Creeper die Luft springt, ne? Ne, du musst mit ein... Ah, ne, das war meine Schafe. Äh...